Der Lindy Hopp ist ein Tanz aus den 20er, 30er Jahren und das ist Swing-typisch, wie man es vielleicht im Hintergrund hören kann. Das ist ein Tanz, der irrsinnig Spaß macht, weil bei Swing-Musik, wenn man die hört, dann kann man nicht stillhalten, da geht der Körper einfach mit und ich kann jedem nur empfehlen, sich anmelden und mitzumachen. Es wird eine spaßige Sache werden. Ich lade euch alle sehr herzlich ein, kommt zum Rock'n'Boogie Festival in Felden, seid dabei und macht unter anderem beim Lindy Hopp und Boogie Workshop mit.